Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Rueck. Mit Simon Ballissa. Und Luca Fontana. Hallo. Töne ich eigentlich besser? Jetzt, wo ich stahle mit dem Stehpot. Jetzt müsste ich meine Stimme sich entfalten. Entschuldigung, mindestens 5 dB Lüter. Shut up. Gut, dann mussten wir einfach schon eine halbe Stunde einwärmen und jetzt schon zu viel zu stehen. Technische Hürden haben wir jetzt eine halbe Stunde lang gehabt. Wir sind eigentlich schon seit einer halben Stunde am Spaz. Also wenn wir irgendwie genervt sind oder schon jetzt aufeinander einjagen. Dann müssen wir nur den kleinen Lautstärkeherdl finden und ich muss da noch mein Mauskabel abpeilen. Es blinkt schon. Ah genau, apropos ein Stehpult. Da muss ich euch noch das Beste erzählen, bevor wir da ein super Programm bekommen. Genau, ich habe ja ein Stehpult, weil wir ja jetzt immer alle nur zu Hause arbeiten. Da habe ich gefunden, jetzt im Büro habe ich ja schon lange eins gehabt. Hast du gedacht, dass wir jetzt die Weisung haben, dass wir zurück ins Büro müssen? Wie ich. Genau. Ja gut, wir gehen ja vermutlich nur in einem Tag oder so. Aber müssen wir noch schauen. Ich glaube 2 bis 3, aber das ist jetzt dann. Genau, aber es lohnt sich jedenfalls so oder so. Ich habe das auch im Geschäft immer extrem geschätzt. Ja, und ich habe das auch bei uns gekauft. Ich glaube das Gleiche, du hast noch eine eigene Platte gekauft, genau. Aber das Gleiche ist ein Fundament. Von den Schweizer? Weiß ich gar nicht. Also, ich weiss, den Namen ist schon vergessen. Jedenfalls, ja genau, gekauft und so. Und dann, ja weisst du wie es halt ist, oder? Irgendwie so Kabelkanäle und so Spässe. Obwohl, ey, hast du Kabelkanäle? Nein. Hey, ich habe das wieder auch nicht gemacht und schön verkabelt, muss ich sagen. Also eben schön. Eigentlich ist das verschwendete Liebesmühe. Weil es geht gar nicht schön verkabeln, weil irgendwie zwei PCs unterstehen und ein Subwoofer und es gehen sowieso an dreien Orten Kabel runter. Und eigentlich sind es jetzt einfach ein bisschen weniger. Ja, ich kann einfach eins. Ja, dann ist das Problem gewesen, dass ich mir PS5 noch habe müssen über Kabel anschliessen für das Gran Turismo oder so allgemein, wenn der Multiplayer will, spiele ich sicher nicht über das WLAN. Dann ist da nicht nochmal ein Kabel dazukommen, aber ich habe eigentlich nach einem USB-Hub einfach mehr auf den Pool gestellt und alles, das Größteile ist ja USB, damit das eben nicht passiert, oder? Ja, nein, aber ich habe jense Kabel, ich kann auch ein USB-Hub und ich kann ja trotzdem, weisst du, ich habe Boxer, Kopfhörverstärker, zwei Mixer, all die Ladungkabel, Boxer, Monitor. Nein, aber ich kann auch gleich, ich habe X-Kabel, die einen sind halt am Boden, vom einen PC zum anderen und ja, es sind jetzt am einen Ecken, also tatsächlich ein Kabelgewurschtel, wo es dort in den Kanal geht, man sieht es sowieso nicht. Ich kletter auch nicht unter, der ist schon meint, dann ist es für nichts gewesen. Aber genau, das ist ja noch egal, oder? Ich habe ja so einen grossen, so einen 48-Zoll-Monitor. Der Luca lacht schon, verschmitzt. Die Idioten, du hättest mir auch noch nie richtig erklären können, wieso du das machst. Und äh, und einfach den Monitor, nein, der ist grossartig. Aber äh, ich habe einen Advant montiert vorher, weil das ist einfach eleganter. Und jetzt ist klar, mit dem Steepold geht das nicht mehr. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert, oder bei uns mache ich geschaut. Äh, für 48-Zoll, äh, so Wandhalterungen und so. Wenn du dort wirklich eine willst, wo du kannst u- und abgeschieben, so richtig, das ist dann einfach auch richtig teuer. Also dann zahlst du ungefähr 500 Std. und dann hast du einfach irgendwie ein riesiges Schwier an der Wand. Also ich glaube, also 500 Std. ist ja sein, aber das ist einfach unglaublich heisslich. Ja, ich finde aber 500 schon steiler Preis für irgendwie, ja, das ist der halbe Preis vom Fernsehen. Aber ja, es gibt einfach nichts Dezentes, oder? Und vor allem jedes Mal u- und abgeschieben. Und dann habe ich gefunden, gut, dann machst du halt etwas für, äh, auf den, so ein Stativ oder einen Arm oder so, wo kannst du an den Tisch dann noch machen. Gibt es natürlich auch nicht jede Menge für die Grössen, obwohl mittlerweile gibt es da die riesigen Ultrawide 49-Zoll, weisst du? Und für dich gibt es natürlich so Arme und so, aber die kostet eben nicht 300 Std. Ich habe dann aber irgendwo einen gefunden, der irgendwie etwa 100 Kost hat, äh, mit allem drum und dran, äh, wo bis so 50, 55 Zoll oder so gar, kannst du dran machen und so. Ähm, jedenfalls gemacht und so, oder, äh, anmontiert und dann habe ich gesagt, scheisse, jetzt ist es wieder so weit, es ist so ein näheres Bild wieder. Weisst du, ich habe jetzt einen tieferen Platten, sie ist so schön gewesen, weil es so weit weg war und plötzlich einfach wieder irgendwie gefühlt in der Mitte vom Pult. Äh, und ich fand, es geht nicht. Äh, den Fernseher wieder runtergenommen, dann habe ich gefunden, hey, da kannst du improvisieren, ich kann nämlich das Gelenk wegmachen und einfach den Fernseher direkt, also mit dem WESA, die WESA-Platten, das ist ja der Standard, wo man all die Monitoren und so montiert, direkt an die Stangen machen. Das hat wirklich gerade funktioniert. Ich kann einfach mit so einer Metallfeile am Charvesa scharnieren, da geschaut ein bisschen mehr, damit es halt auf die Löcher an der Stange, an der Halterung gepasst hat. Aber so ist es wirklich nichts. Ich habe zwei längere Schrauben gebraucht und dann mega unkompliziert und etwa zehn Zentimeter gespart, oder? Anstatt was ist die Alternative? Ja, vorher hatte es einfach noch so ein Gelenk dazwischen, wo halt den Monitor kannst in alle Richtungen bewegen, aber das brauche ich sowieso nicht bei dem, äh, bei dem Monitor. Ich bewege den nie. Das heißt, ich muss dann nicht uh und ab kippen oder links und rechts kippen. Und das Gelenk habe ich einfach rausgenommen und durch das habe ich einfach, und das ist, das ist eben, super sperrig gewesen. Aber ja, eh, hänke ich sie dran, eben, Monitor leuchtet an den Fernsehern, drücken, du hörst einfach irgendwie so das typische, das komische Geräusch, was der macht, der Fernseher im Maus stellen, das Tung. Passiert nichts. Probiert ein paar Mal. Dann habe ich ja auch das erste Mal den Knopf gefunden am Fernseher. Gar nicht gewusst, was der eine hat zum einstellen. Der ist unten. Geht nicht mehr. Kurz googelt, alle gesagt, ah, der ist kaputt. Also wenn, wenn es leuchtet und du kannst sie stellen sozusagen und es stellt gerade raus, der ist kaputt. Sind sich alle offenbar gerade eine gewesen. Äh, ich weiss es nicht. Aber ey, Glück im Unglück. Ich hatte gefunden, ich kann doch nicht so lange warten, bis ich einen neuen habe, oder? Also bis der zurück ist von der Reparatur, oder? Und dann habe ich eine Occasion und für irgendwie 750 St. habe ich das Nachfolgermodell jetzt bekommen und das ist fünf Tage alt, weil der Typ, der gekauft hat und gefunden hat. Ah nein, der ist zu klein. Ich brauche einen grösseren. Hörschnappi! Im Elektronik hat er sich gekauft. Verdammt günstig. Und oder was? Nein, äh, Dutti. Und äh, wirklich? Wie heisst der Fernseher? Äh, der LG C17. Also C1. Eigentlich ist das C1 Modell, genau. Das andere ist immer der Ländercode hinten dran, oder C1 7. Ah, das habe ich noch vorhin gehabt. Oder weisst du, je nach Land, bei der einen hast du eine Platte, die hinten, keine Ahnung, weiss ist, bei der anderen ist sie schwarz, whatever. Und das hat dann noch, eigentlich ist es einfach der C1. Jedenfalls, ich hoffe jetzt einfach den alten, den könnt ihr mir flickern. Das kostet mich nicht irgendwie, es kostet mich nichts, wie ich weiß. Es geht auf Garantie. Den kann ich dann nämlich gut verkaufen. Da habe ich sogar Fischung gemacht. Weil, merkst du wirklich? 8,59 ist er bei uns. Ja, gut, ja. Jetzt? Ja. Und ich dort geschaut, da ist er noch 1000 gewesen. Vorher kennst du auch das Aktion. 39 ist er gewesen und jetzt, also 48 Zoll, oder C17. Ja, genau. Ist das gerade eine Aktion oder so? Weil, ich habe geschaut. Es ist eine Aktion, es ist eine Aktion. Ja, 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 ich habe eben geschaut. Dort, wo du gefragt hast, viel, ist aber die 65 Zoll Version in Aktion gewesen. Genau. Jetzt haben es natürlich gerade unsere Leute einen Change gemacht auf das nächste kleinere Modell wahrscheinlich gerade so, ja. Aber ich meine eben, nur mal ein Hunderter weniger und wie gesagt, der ist nigelnagelneu. Ähm, recht edel. Und du hast jetzt aber mit dem abgenommenen Ding gemacht, das hat nichts mit dem zu tun, dass du das WESA-Zeug abmontiert hast? Nein, es ist, also vielleicht hat es durch die Erschütterung oder so, aber ich meine, das ist nicht irgendjemand, der Monitor rumgewackelt hat. Also das war so eine kleine Feile und äh, ja, keine Ahnung, vielleicht dürfst du, du kannst ja die wirklich auch nicht richtig anlangen, oder? Kennst du ja die huren Flachbildmonitoren? Vielleicht haben, nein, ich weiss es nicht. Du, mal schauen, was sie dann sagen in der Reparatur. Äh, wieder total. Hast du eine Garantie drauf, oder? Ja, 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 natürlich. Mal schauen. Ja, die haben... Ja, also, komm her. Was machst du denn mit dem anderen? Verkaufen. Und dann machst du vielleicht sogar noch vorwärts. Ja, das ist einfach nicht. Ja, ja, jetzt geht nicht, wenn der andere natürlich auch so runterkommt, aber vorher habe ich... Weil ich habe den gesucht gehabt und habe ihn nicht gefunden, unter 800 Franken. Also deine letzte Generation? Genau, mein Alter habe ich teurer gefunden als dieser. Der hat dann wirklich an diesem Tag reingestellt gehabt und jemand hat schon gefragt, aber der wollte ihn verschickt haben und er hat gesagt, nein, den musst du holen. Ja, nein, wirklich, den musst du holen. Ja, einen Dietiker. Ah, nein, Schlieren, Schlieren, ja. Oh, der Schlieren ist auch nicht. Ja, das war nice. Ja, ja, ähm... Dafür muss ich noch mit unseren Leuten schimpfen heute. Ich habe eine neue Kübel bestellt für den Händen. Also, wir sind immer den Tret-Eimer. Weisst du, die auf dem WC, wo du draufstehst und dann geht da oben dran. Ja, ja. Ich habe so einen bestellt, äh, eine ganz normale Runde. Der ist angekommen. Schon die Verpackung von Galaxus hat schon ausgesehen, als ob die einmal auf deinem Buckton wieder retour wäre und das irgendwie gekickt worden wäre währenddessen. Und dann habe ich es aufgemacht und der ganze Kübel ist oval. Ist so verformt. Es ist, als ob irgendein Auto drüber gefahren wäre oder ein Elefant drauf gestanden wäre. Ist das ein Design-Köbel? Ich weiss es. Nein, überhaupt nicht. Weil der Deckel ist nicht verformt. Der passt jetzt nicht mehr drauf auf den Body. Wenn er runtergeht, dann ist es einfach so völlig so. Ich kann das Zeug aus der Verpackung rausgehen. Grossartig. Einfach so, ja. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Irgendwo unterwegs ist der wohl überfahren worden von irgendeinem, wie sagen wir, deiner Gabelstapler oder keine Ahnung was. So ein Rolli. Hey, hey, hey. 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 Ich bin am Montag an einem unglaublichen Konzert gewesen übrigens. Wo gibt's Konzert? Wir machen hier viel zu wenig, außer Musik und so. Kultur. Und jetzt, wo man wieder in den Ausgang kann, muss ich das sagen. Der War on Drugs war in der Halde 622. Und das war fantastisch. Haben Sie ihn gewonnen? Die gewinnen er nie. Aber zwei Stunden. Zwei Stunden. Unglaublich episch. Und das krasse ist, mittlerweile kommt mir ja, es hat so eine Zeit gegeben, da haben alle, wo so die LED-Wände en vogue gewesen sind, haben alle einfach so eine LED-Wand hinterher gestellt und dann nachher schlechte Visuals darauf projiziert. Das ist eigentlich so ein flashy Tiefpunkt von Grosskonzerten irgendwie. Und die haben jetzt, die haben gar keine LED-Linwand gehabt, aber haben oben so LED, das sind wie Streifen, wo aber ganz alles eigene kleine Schienwerferchen sind. Und jeder von diesen Schienwerferchen kann die Farbe autonom verstellen. Und dann haben sie, also so wie ein Viereck oben an der Bühne durch, oder? Ein Quadrat mit denen. Also von allen Seiten. Haben sie so wie mit dem Rauch, hat es dann so Wände gegeben, die aussahen wie Nordlichter, weil die sehr dynamisch waren und so. Und dann haben sie aber mit denen auch in das Publikum rauszünden oder auf die Bühne gezünden und gefunden. Das ist auch nice. Es war so abgefahren. Es war so krass. Also wirklich, weißt du, es ist minimal, aber der Effekt ist bombastisch. Da haben sie also Regen machen und so und das hat aber nichts. Also weißt du, es sind wirklich nur, es sind einzelne Lichtstrahl, wo du die Farbe bestellen kannst. Aber so eine Wand von einzelnen Lichtstrahl, wo du die Farbe bestellen kannst. Richtig gut. Zwei Stunden lang. Dann haben sie die Lieder auch irgendwie drei Minuten verlängert mit so Krautrock mässigen, repetitiven Riffs und so. Es war absolut gigantisch. Geil. Und etwas, was ich sagen muss, damit wir da vielleicht auch den Link schaffen zu Handys und so. Es hatte sehr wenige Leute, die den Shit gefilmt haben und Böckchen gemacht haben. Das war ein Erwachsenenkonzert. Bei den Kids ist doch überall das Handy oben. Und bei uns so. Die Kollegin ist reinkommen und hat so das Handy oben gesagt. Nimm das runter. Nimm das runter. Das ist ein Erwachsenenkonzert. Da wird nicht gefilmt. Das sind ja auch immer tiefe. Das sind ja auch immer tiefe. Wirklich. Schau mal, schaut doch noch schnell die Ausschnitte von dem Konzert von vor zwei Jahren. Hat noch nie gescheitert. Ja. Die verwacklten diese Scheissbilder, die den Ton auch noch so überschlägt drauf. Weil es ist ja so geil und so. Aber es war bei mir im Fall genau gleich. Ich war am Sonntag am Hans Zimmer Konzert mit dem Hans the man Zimmer himself im Hallenstadion. Und das war auch abartig geil. Also drei Stunden. Ich glaube, das war das leutigste Konzert, wo ich jemals war. Ich bin lecker. Ja, ja. Der fäste Tourer da vorne. Ich war ja letztes Mal auch im Hallenstadion. Und er hat einfach die ersten Reihen quasi. Und dort sitzt alles so abwaufen. Ja, ja, ja. Ein fester, riesiger, einfach ein Reihensabwaufen. Einfach völlig crazy. Wirklich. Aber auch dort, die Lichtshow ist übertrieben krass gewesen. Ich habe wirklich eines. Also beim The Dark Knight Theme. Abgesehen davon, dass... Also weisst, hintendran die ganze Percussion und so. All die Leute. Und das Licht, das ins Publikum rausblitzt und macht. Ich musste meine Augen zumachen. Ich bin halber blind worden dort drin. Es ist wirklich so eine völlige Show. Also crazy, crazy. Aber auch richtig, richtig geil. Boah. Ja, es ist geil. Ich wollte irgendwie wieder an ein Konzert gehen. Ich habe es verdammt genossen. Das ist wirklich... Also... Ich war schon an einem anderen Konzert noch. Aber es waren zwei auf der Bühne mit einer Gitarre. Kings of Convenience. Auch wunderschön gewesen. Aber... So eineinhalb Stunden. Und dort... Nicht mal. Und dort sind es einfach zwei Stunden. Du... Richtig geile Gitti... Gitti... Gitti Soli... Und so. Und... Das Gute war... Der Saxophonistisch krank. Genau das beschissenigste Instrument hat gefehlt. Gitti Soli... Gitti Soli... Sag's dich geil. Nein, ich finde es nicht so easy. Gitti Soli... Nein, im November bin ich am letzten gewesen. Am Clan de Stinos. Aber jetzt muss ich einfach die Rage Tickets kaufen. Ja, wenn sind die... Shit, ich habe es vergessen. Im Ende August... Wo? In Paris? Äh... In Paris... Und... Äh... London... Ich habe dort ja für das Lulapalooza in Berlin Tickets für zwei Jahre. Und die sagen immer noch... Jetzt ist es glaube ich... Jetzt sind sie eh rückgestattet worden. Und die haben immer noch einen Headliner, der to be announced ist. Aber ich weiss nicht... Ähm... Ähm... Ja, sehr gut. Ja, finde ich auch geil. Ähm... Ja. Was auch geil ist... Das sind unsere News! Ah... Ah... Ja... Hey, weil dort hat es auch einen geilen Sound. Nämlich gerade den ersten, den wir haben. Äh... In Monkey Island. Übrigens nachher genau... Zuerst ein neues Monkey Island... Äh... Äh... Ist vorgestellt worden. Uh... Mit einem... Mit gutem Soundtrack wieder. Dann äh... Der Unreal Engine 5... Ist endgültig veröffentlicht worden. Über Twitter können wir ein bisschen reden. Dort gibt es gute und schlechte Neuigkeiten. Je nachdem. Auf der Seite, dass es mir steht. Das iPhone soll es gleich als Abo geben. Dann äh... Hat der Luca Fantastic Beasts 3 gesehen. Und ich habe Murder on the Nile geschaut. Hey, ist Fantastic Beasts so ein Harry Potter Spin-off? Richtig. Richtig. Siehst du, wenn ich... Das ist etwas... Das ist das einzige Harry Potter Lore, das ich kenne. Und der Mann und die Nase da. Der Double Door. Nein, nein, das ist der Voldemort. Oh mein Gott. So close. So close. Okay. At least you try. Potato, potato. Äh... Genau. Das ist Lego. Star Wars, Skywalker Saga. Und äh... mit Honig vielleicht noch ein Update. Ähm... Aber genau. Ähm... Monkey Island. Ein neues... Äh... Hey. Was? Ich bin zu früh. Ich hab zu früh. Ich hab zu früh. Ich hab zu früh. Ich hab zu früh. Ich bin zu früh nicht geschossen. Sorry. Ähm... Es ist äh... Es ist äh... Ja. Es sind einfach ein kurzer Teaser-Trailer. Halbe Minute oder so. Wo äh... Ja. Wo es einfach... Wie der gleiche Stil. Wie äh... So ein bisschen modernisierte Stil von 3. Hatte ich jetzt gesagt. Oder so. 2D. Aber es sieht... Nicht handzeichnet aus. Aber irgendwie auch nicht CGI. Nicht computermässig. Ja. Es ist noch schwierig zu sagen. Ich find's noch ein echt cooler Stil. Und äh... Eben vom... Von Ron Gilbert wieder. Also er ist einer von den... Von den... Von den... Von den... Von den... Co-Creators. Zusammen mit dem Tim Schafer. Und äh... Äh... Jetzt muss ich gleich mal schauen. Wie ist der andere? Der ist nämlich auch wieder dabei. Zwei sind ja noch wieder dabei. Eben Ron Gilbert. Und äh... Der Dave... Grossman. Die sind wieder dabei. Und eben auch wieder dabei ist der Dominic Armato. Er hat die Stimme vom Guybrush mimt. Und... Sonst weiss man ehrlich gesagt noch nichts ausser. Also Stasia soll kommen. Ja. Ehm... Haben die das erste gespielt? Ich hab alle gespielt, ja. Ebenmals. Das ist eben so wirklich mein erstes Game. Videogame gewesen auf dem PC oder so. Ah, wirklich? Ja. Und ähm... Das Ding ist... Damals hat man das ja so raubkopiert. Dann hast du so Kopierschwitz gehabt. Wozu hast du so zwei Discs gegeneinander. Ähm... Das... Das ist dann aber irgendwann ausgelädelt und so. Das war sehr schwierig. Dann nachher das irgendwie zehn Ziffern. Und das andere ist... Es hat immer an einer Stelle... Ich bin nicht weitergekommen, dass es einen Absturz gegeben hat. Das ist natürlich eine Raubkopie gewesen. Und irgendein paar Datenblöcke hat es nicht richtig übernommen auf der Diskette. Und immer so nachdem du mit dem Gummihuhn dort irgendwie rüber bist, tatsächlich bist du nicht weitergekommen. Das war frustrierend. Aber ganz genau. Ja, stimmt. Das hat so den Dings gehabt. Ja genau. Ja genau. Das ist noch... Ich habe eh nie gecheckt, wie die genau funktioniert haben. Aber äh... Was? Die Kopierschutze haben... Wie die Kopierschutze, wie das technisch funktionierte, das hat man nie irgendwie eingeleuchtet. Auch die Siedler hat das auch etwas gehabt. Und äh... Du musst ja so auf der Seite drei, fünften Worte darleitig eingehen und so... Ja genau. Das ist doch nicht geil. Ich habe wirklich nie begriffen. Nein, aber mega geil. Ähm, vor allem auch das... Aber ist von... Gibt es Lucas Games eigentlich? Ja wieder, oder? Die haben es ja... Ja. Disney hat ja das alles gekauft. Hat sie zugegeben, ja. Also es ist dann wie so ein äh... Wie sagen wir denn? So eine Schattenfirma. Also LucasArts hat es mal gekauft. So ein Lucasfilm. Ja genau. Und die haben dann nur noch... Einfach... Die Marke hat sozusagen existiert. Oder verwaltet. Die haben Furtkäfer recht verwaltet. Aber gemacht haben sie eigentlich nichts mehr. Und äh... Jetzt sind sie wieder ein bisschen aktiver. Also eben Published wird es von äh... Devolver. Aber äh... LucasArts äh... Ich weiss genau wie der Name. LucasArts Games. Es heisst jetzt Lucasfilm Games. Ach okay. Das macht Sinn. Man kann es sich merken. Mhm. Es macht so viel Sinn auch. Ja. Nein ich bin... Ich bin mega gespannt. Ich kann sein Letzte von Ron Gilbert. Das äh... Wie das geheissen. So ein bisschen mit so... So ein bisschen Akte... Akte-X-Vibes hat es gehabt. Aber halt sehr auf lustig. So... Mit so zwei Agenten. Und du hast irgendwie... Äh... Ja. Mit dem typischen 2D-Adventure-Stil hast du die Rätsel halt lösen und so. Hast aber auch verschiedene Figuren gespielt. Das war echt noch recht geil gewesen. Darum äh... Ja der... Der... Der könnte den Humor schon wieder treffen. Weil das Letzte. Ich habe noch geschaut. Ist ja wirklich das von Telltale gewesen. Das ist so... Das ist 2009 gewesen. Das ist easy gewesen. Also besser als... Das Vier. Das ist ja das 3D gewesen. Das habe ich irgendwie gar nicht gefühlt. Ja. Und dann... Ja das ist einfach... Ich weiss auch nicht. Das ist einfach so... Das ist gar nicht lustig gewesen. Und das Vier ist dann wenigstens... Ähm... Okay gewesen. Weil die Telltale... Die haben dort dann eh... Das ist das. Jeden Monat ein neues Game rausgeballert. Die sind so ein bisschen im Flow gewesen. Aber es ist dann auch nicht aussergewöhnlich gewesen. Es ist einfach so... Hast du ein bisschen... Hast du ein bisschen Monkey Island bekommen. Aber... Ja. Ich meine die Erste. Das 1 und 2 sind so ein bisschen OGs irgendwie. Ja. Für mich ist immer das 3... Weil ich halt das als erstes gespielt habe. Ich habe erst... Nachher dann die Alten gespielt gehabt. Und das 3 finde ich auch immer noch das geilste. Das sieht kann ich wenigstens alles auswendig. Ja das ist doch schön gewesen. Aha. Ja das ist... Das habe ich nie gespielt. Ah das ist... Ah das ist super. Das finde ich auch gut immer noch spielen. Also das ist witzig. Ja. Die 1 und 2 im Fall auch. Man muss einfach damit klarkommen. Dass es halt so... Klötzligrafik ist. Aber es ist wunderbar gewesen. Also ich meine... Lukas Filme. Das ist früher einfach wirklich so. Oder Lukas Arts. Hat die auch Remakes bekommen. Ja. Remakes, Remaster. Die alten Saisons 2. Ja die haben dann mal Remaster bekommen. Aber dann kannst du auch umstellen. Das ist ja geil. Da kannst du live gleich umstellen. Ja die ganze Lukas... Ich finde das ist obligatorisch eigentlich. Das umstellen. Das muss. Wenn man das macht. Das muss drin sein. Das ist einfach das Geilste. Ja. Ja gut. Gute Grafik. Ich gehe jetzt nämlich auch im nächsten. Die Unreal Engine 5. Ja. Ein bisschen besser als die Pixelflicht von Monkey Island. Sie ist ja... Gewisse haben sie ja schon gehabt. Die Unreal Engine 5. Das ist eben das Tomb Raider Demo mit denen gewesen. Der Witcher hat sie auch schon angekündigt. Also CD Projekt. Also... Was? Tomb Raider Demo? Habe ich jetzt Tomb Raider schon gesagt. Äh... Tomb Raider. Ich wollte The Matrix sagen. Ah eben. Eben. Das Game ist mit Unreal Engine gewesen. Das neue Tomb Raider Game. Haben sie aber auch gut angekündigt. Und das wird auch die Engine benutzen. Das ist gerade alles. Und man weiss davon. Es macht das auch wieder Crystal Dynamics. Ähm... Und nochmal... Das andere ist doch auch Unreal Engine 5. Das Forsaken oder wie das heisst. Das Playstation Game. Gell? Äh... Also das heisst, die ist schon im Einsatz natürlich... Jetzt ist sie einfach offiziell veröffentlicht. Für... Nehmen wir an. Für alle anderen Entwickler. Äh... Die noch nicht zum... Äh... Elitären... Was ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Vielleicht passt das besser. Wir sind wieder mit Potato Potato. Äh... Und äh... Ja, sie haben dann neue Trailer noch rausgelassen. Und so. Ich kann es ehrlich gesagt. Fast ein bisschen... Einmal der eine, die sie da gezeigt haben. Wo... Der hat eh ausgesehen wie ein Gears of War. Wie ein Gears of War Trailer ehrlich gesagt. Ja. Könnte ja auch sein. Weil das ist ja auch von Epic. Aber... Ja, das stimmt. Das stimmt. Den habe ich gar nicht so speziell gefunden. Weil so gute Gesichter... So... Nein, so gute Gesichter wie dem habe ich auch schon gesehen. Also... Äh... Das ist es. Aber im Fall auch allgemein bei allen Next-Gen-Games, die ich jetzt gespielt habe. Also auch Forbidden West oder... Also... Die haben ja alle auch noch nicht Unreal in Gen 5 getan. Aber so eben Forbidden West oder Miles Morales und so. Ich habe das Gefühl, ich habe einmal die Grafik... Also gerade bei Menschen... Die sehen gar nicht so viel fotorealistischer aus als auch schon. Aber was mir auffällt, ist einfach die ganzen Gesichtsanimationen. Sie sind auf einem ganz anderen Level als früher. Also du hast einfach viel mehr, viel realistischer. Du weißt, so all die kleinen Mikrobewegungen von Augen, von Mundwinkeln, die sich verziehen. Also das finde ich... Das merke ich schon bei den Next-Gen-Games. Also auch gerade jetzt Forbidden West zum Beispiel. Wenn die da... Nein, aber das meine ich. Ich meine... Der Trailer hat mich jetzt nicht so überrascht. Eben genau, weil ich auch. Ich habe so in Horizon und in anderen Games schon gesehen... Ich habe jetzt nicht gefunden, dass der besser aussieht. Ja gut, der hat auch nicht viel zu tun. Ausset einfach ein bisschen so... Huuu... Kameranzug. Der hat jetzt nicht irgendwie eine Unterhaltung mit jemandem... Also... Aber der Letzte, der mit den... Ich weiss, nur die Felsen sind wir eigentlich geblieben. Der hat unfassbar gut ausgesehen. Ich brauche einfach mehr Felsen und weniger Gesicht. Die Archäologik. Was war das? Menschen öden mich an. Es geht einfach richtig an. Keine Welle halt immer weh, oder? Ja. Aber ich meine... Ah, sorry, ja. Das ist... Ich meine... Es wird ja auch immer einfacher, solche Dinge zu machen. Das ist ja recht krass, oder? Ich meine... Früher hast du... Du hattest schon so Grafiken nicht bekommen. Aber du hattest einfach die Power von Pizze nicht gelangt. Und du hattest dich zu Tod entwickelt. Weil du jedes Detail hattest schon machen. Und jetzt ist es einfach... Ich glaube, so wie ich das verstehe, viel einfacher, solche Dinge zu machen, die dann auch flashy und geil aussehen. Und so. Und... Und logischerweise auch... Ihr wisst ja, ich bin ja kein grosser Fan, wie man Raytracing im Moment einsetzt. Einfach möglichst flashy und möglichst viele Reflexionen und so. Aber... Ich nehme an... Das wird dann auch noch ein bisschen besser integriert, damit das Zeug wirklich ein bisschen geiler aussehen. So auch... Baseline, oder? Ich glaube wirklich tatsächlich... Es gibt zwar das Raytracing-Zeug, aber wir wissen noch nicht richtig, wie es brauchen. Und das wird mit Unreal 4 wahrscheinlich dann schon auch noch ein bisschen einfacher zum Einbinden. Und dann auch zum geilen Zeugmachen draussen, finde ich. Ich glaube, es ist gar nicht mehr... Also wenn ich das sehe, ist das nicht einmal mehr Raytracing. Ich glaube, die haben sowieso ein eigenes Beleuchtungssystem und so. Ich glaube, das muss gar nicht unbedingt Raytracing sein. Lumen nennen sie das, oder? Das ist das... Ja, genau. Ihr System, um damit Licht anzustellen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, glaube ich. Das wird oft gar genug diskutiert, wie Licht eigentlich Fotorealismus wirklich ausmacht. Oder wie wichtig das ist für Fotorealismus. Gar nicht unbedingt... Oder nicht nur irgendwie, keine Ahnung, wie viele Polygon jetzt deine Modelle haben, deine Felsen, das weiss, weiss ich. Sondern eben wie Licht, wie sich Licht verhalten, dass das extrem wichtig ist bei uns. Ich weiss noch damals bei WALL-E, wo WALL-E von Pixar rausgekommen ist, hat der Regisseur Andrew Stanton ganz oft immer wieder gesagt, sie hätten zum ersten Mal ganz ein neues System zum Licht darstellen, zum Licht zu simulieren. Das sei bei ihnen ganz, ganz wichtig gewesen, weil er unbedingt so einen Dokumentarstil haben wollte. Das sieht man ja im Film in der ganzen ersten Hälfte, wo du eigentlich nur den Roboter auf der Erde siehst, da oben. Mit der tiefen Schärfe und so von der Kamera. Und das sei alles so... Er wollte wirklich so einen ganz fotorealistischen Look haben, dass du eigentlich... Weil du eine halbe Zeit lang überhaupt keinen Menschen im Bild hast, kannst du fast beinahe, du schaust einen echten Film und gar kein CGI. Und ja, eben auch dort ist leicht schon erwähnt worden, wie wichtig das ist. Und auch da, wie bei der Unreal Engine 5 haben sie das Rechtsaufheben gemacht, mit dem Lumen, wie wichtig das sei. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo mega... Ja, mit dem steht und fällt das ganze Fotorealismus mit... Wie wird dicht? Ray Tracing geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Wir wissen nur noch nicht genau, wie man sie einsetzt, oder? Aber... Ja... Ja, also wenn es... Ray Tracing tut einfach wirklich die Lichtstrahler simulieren. Und auch wenn sie dann dann abbounce von irgendwo her... Das wird wirklich in echt simuliert und so. Und ich nehme noch... Dass eine Lichtquelle quasi nicht nur von oben kommt, sondern... Du tust eine Lichtquelle von oben, aber er simuliert... Ah, wenn er sie jetzt von meinem Gesicht reflektiert, auf die Wand und von der Wand wieder zurück... Dass alles mit einberechnet wird und dass dann darum eben... Und genau das macht dann das aus, was das Auge... Bewusst nimmst du nicht wahr, dass jetzt das Licht an Fünfecken reflektiert wurde... Aber unterbewusst, damit das ein Bild für dich realistisch wirkt, wie in echt... Ist dann genau solche Sachen eben entscheidend, dass das mitberechnet wird... Und das Licht nicht einfach nur knallhart von oben kommt und finit, oder? Ja, voll. Ich glaube, dass es vor allem einfach auch realistisch berechnet wird. Ja. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie eine x-Zahl... Äh, von... 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 Ich glaube einfach, dass es... Viel realistischer ist. Oder... Dann tut man sich halt irgendwo... Quellen aufstellen, wo man irgendwie das Gefühl hat... Das... Ja, und vor allem Schatten... Du bakest quasi so... Du packst... Also weisst du machst wie... Du nimmst wie ein Polygon und nachher hast so zwei... Oder mehrere verschiedene Texturen darüber... Also Bilder, die du da drauf wie projizierst und so... Und dann musst du das wie so... Baken, sagt man dem... Und dann nachher tust wie... Wenn dann nachher das Licht ändert... Dann tust du einfach wie zwischen den zwei... Verschiedenen... Hin und her schalten. Aber das ist natürlich unnatürlich... Und es sieht zwar flashy aus... Aber es ist nicht genau das, was das Licht macht... Oder... Und das merkst du dann auch irgendwie... Und dort mit Raytracing... Kannst du dann wirklich echte Schatten berechnen... Und so... Und Lumen übrigens ist schon... Raytracing... Also... Das ist einfach ihre Technologie, die sie so nennen... Also es ist nicht irgendwie... Es ist nicht eine andere Technologie... Nein, aber es wird dann halt nicht... NVIDIA Raytracing brauchen... Das macht... Das ist der Meinung... Nicht RTX... Ja genau... Nicht RTX... So müsste man es sagen... Genau... Ja stimmt... Damit es natürlich auch auf AMD läuft und so... Genau... Aber irgendwie... Übrigens die Cores wahrscheinlich dann schon brauchen... Ah ja ja... Genau... Das wird sicher so sein... Ja... Also kommen wir weiter... Über Twitter hat es... Ja... Ein paar grössere Neuigkeiten gegeben... Ja... Ich finde... Wir können mit den guten anfangen... Ja... Es gibt... Der Editier-Button soll endlich kommen... Und äh... Sie haben das am ersten April... Ich habe den Tweet noch gesehen... Aha... Und dann auch der... So die Antworten drauf... Weil ich fand... Ja... Ja... Hure lustig... Weisst du... Wahrscheinlich keine Antworten drauf... Ich glaube... Kommentar... Ja... Und... Es ist einfach das Gefühl... Ja... Ihr seid mega lustig... Ja... Ja... Twitter-Blue-User... Das sind ihr die, die zahlen... Ich weiss gar nicht... Dass die ehrlich gesagt bekommen... Für ihre Zahlen... Aber ja gut... Ähm... Die dürfen das schon mal testen... Und äh... Ja... Der Chef hat jetzt schon mal gesagt... Äh... Weil... Man hat das lange nicht gemacht... Weil man Angst hatte... Dass das dann sozusagen... Die Integrität... Hm... Von Twitter... Aber äh... Ja halt... Weisst du... Wenn man halt die Aussagen nicht macht... Wird ja wirklich... Politik und alles verwendet... Wenn man einfach das Zeug korrigieren kann... Und dann ist das so... Das habe ich nie gesagt... Dass wenn sie irgendwie... Die Integrität vom Original-Tweet... Dass man das nicht irgendwie... Verfuschen kann und so... Als wenn sie irgendwie beibehalten... Er hat aber nicht gesagt... Wie... Also... Wie meinst du? Das... Ich habe schon ein paar Mal... Einen Tweet gemacht... Und im Nachhinein gemerkt... Shit... Ich habe einen Schreibfehler drin... Und ich habe nicht gewusst... Wie ich den Tweet bearbeiten kann... Eben... 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 Eben kannst du das nicht... Eben... Dein Abgesenden... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich stehe völlig auf dem Schlauch... Sorry... Es gibt jetzt ein neues Feature... Dass du deinen Tweet... Den du verschickt hast... Kannst editieren... Ah... Dass man es editieren... Ja... Ah... Und eben die Twitter-Blue-User... Die können jetzt schon... Die können jetzt tweeten... Und können es nachträglich wieder editieren... Aber eben... Man will irgendwie dafür sorgen... Dass man das nicht einfach... Ja... Wenn man denkt... Kannst du einfach ausnutzen... Dann kannst du sagen... Oh... Das soll ich nie twittern... Ja... Eben... Sie haben nicht gesagt wie... Aber... Ich meine... Instagram und Facebook und Co... Die haben das ja auch nicht... Ja... Also... Du kannst ja dort editieren... Und die kannst du ja auch nicht irgendwie kontrollieren... Oder... Du musst einfach... Wenn jemand einen Screenshot hat... Sozusagen... Nicht mehr wundern wie sie das machen... Aber... Ja... Eben... Es ist ja wirklich immer so... Dann lese ich es dreimal durch... Schickst ab... Und dann... Beim Drücken... Beim Drücken... Beim Drücken... Beim Drücken... Sehst du den Fehler... Aber ja... Scheissdreck... Ich kann leider noch nicht genug Follower... Zum einen Blue-User sein... Darum... Am Blue... Ja... Simon... Simon jetzt... Als berühmter Rapper... Oder... Jetzt kannst du schon mal beantragen... Ja... Apropos... Ich bin... Verified... Spotify-Künstler... Ich glaube sofort... Also jetzt mit dem... Schönen Werbung... Ich kann gerade ganz feiner Eisdre drücken... Aber... Mit... Es hat sich 9,2% von den Aktien... Von Twitter... Für... Umgerechnet... 3 Milliarden US-Dollar... Und... Ist dann... Die... Die... Twitter-Aktie ist gerade durch die Decke natürlich... Ist irgendwie... Zeit lang... Über 27... 27%... Äh... Gestiegen vorher... Vorher habe ich mal geschaut... Es ist vor dem Ding... 40 Dollar gewesen... Jetzt ist sie über 50... Also ist gut durchgegangen... Und... Er ist auch gerade im Verwaltungsrat drin... Damit er... Also erstens mitreden... Aber auch... Das soll dann auch... Äh... Das soll den Leuten zusichern... Dass er eben nicht... Sich eine Mehrheit kaufen kann... Dann... Das Limit bleibt dann irgendwie... 14.9%... Äh... Ich habe aber auch gelesen... Viele schreiben... Das... Geben eben schon Wege... Wie man dann das gleiche umgehen... Und... Äh... Ja... Warum es umstritten ist... Ist halt einfach... Wie der sich natürlich äussert... Auf Twitter hat... Auch... Twitter vielfach angefeilt... Wegen Meinungsfreiheit... Oder... Dass es viel zu viel Moderationen gäbe... Auf Twitter... Zu viel Moderation... Ähm... Ähm... Und... Und... Äh... Und... Hat doch auch Tweets rausgelassen... Wegen... 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 Tesla... Und... Oder... Er hat sich mit irgendwelchen Schornissen gestritten... Und so... Oder irgendeine Corona... Komische Corona-Geschichte... Verbreitet... Und so... Also... Ist sicher ein... Umstrittener... Twitter-User... Und ja... Also... Ja... Ja... Was haltet ihr davon? Schon speziell... Ist der nicht einfach... Ein... 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 Er hat gesagt... Nein... Bist du Wahnsinnig... Und der Witz ist jetzt... Er hätte die... Das nur gekauft... Damit er den... Rausser kann... Bannen... Weil er jetzt der Hauptaktionär ist... Aber... Ja... Ich finde es irgendwie ein bisschen weird... Ich meine... Der... 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 Er ist ja bekannt dafür... Dass der eigentlich... Dass der eigentlich... Dass der eigentlich Firmen kauft... Und sie nachher mit... Durch den Hype... Nachher... Die Aktien gehen... Und er so einfach noch mehr Köln macht... Oder... Und... Er ist so mega... Hypen kann ich ja sehr gut... Oder... Er erzählt... Jedes Jahr... Im nächsten Jahr kommen die selber fahrenden Autos... Und das schon seit 2015... Oder so... Und passiert ist aber jetzt noch nichts... Und dann... Jetzt hat er auch wieder das in... Androids... Da... Er baut ja noch so einen menschlichen Roboter... Stimmt... Er hat gesagt... Das sei die grösste Entwicklung... Für ihn... Und die wichtigste... Noch viel wichtiger als Tesla... Und... Und SpaceX... Und so... Also im Hypen ist der... Ist der... Ist der Burst... Ja... Schon recht gut... Und ich finde irgendwie... Ja... Wieso... Wieso das er es gemacht hat... Keine Ahnung... Das ist ein Manier... Ja gut... Aber vermute ich schon... Dass er dort auch ein bisschen kann... Wie es tatsächlich so läuft... Wie es ihm will... Weil er dort ja schon... Ähm... Ich glaube der hat das sehr recht... Er hat eben... Wie du sagst... Hypen hat... Ich glaube auch Twitter... Auch mitgeholfen... Natürlich weiter zu pushen... Sie sind nicht gerade irgendwie... Sie sind jetzt auch nicht gerade am Durchstarten gewesen... In den letzten Jahren... Und ähm... Ja... Wenn es mir jetzt einfach nicht so passt... Wie es dort läuft... Er hat ja offenbar das Kleingeld... Um sich dort einfach mal einsteigen... Ja... Aber ja gut... Ja... Ja... Der ist schon... Wann ist er jetzt immer noch... Oder wieder der reichste? Ah... Da musst du noch ein bisschen... Aktion anschauen... Dann kann man das... Der vernichtet ja... In den Tagen irgendwie... Ein paar Milliarden... Und dann gewinnt du wieder ein paar... Das kann es nicht richtig sein... Wenn man es hat... Dann hat man es... Und äh... Ja... H hat es auch Apple... Und sie wollen noch ein bisschen mehr... Da gibt es eigentlich Gerüchte... Für... Ja... Es ist so... Für ein Apple-Abo... Und äh... Ja... Da geht es auch darum... Dass man einfach noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann... Äh... Ist aber definitiv... Interessante Entwicklung... Aber Bloomberg hat das... Äh... Hat über das berichtet... Und das sind eben noch Gerüchte und so... Aber... Der ist ein... Renommierte Schurne... Die offenbar schon... Oft... Richtig gelegen hat... Und... Demzufolge... Plant eben Apple... Man weiss nicht wann... Aber ein Abo... Wo... Nicht zu verwechseln mit... Mit dieser Eintausch-Aktion... Die sie jetzt gibt... Jetzt kannst du ja du... Ich weiss gar nicht wie es heisst... Aber ähm... Ich kriege mal das aufgeschrieben... Wo du halt einfach... Dein iPhone eintauschen... Und dann kommst du das Neues rüber... Aber gegen den Aufpreis oder? Das... Das Neue... Das soll wirklich ein Abo sein... Wo dann du... Ein fixer Monatsbetrag zahlst... Und dann wenn du 12 Raten gezahlt hast... Dann hast du wieder Anspruch auf ein neues Gerät... Und das heisst einfach... Statt dass du dir... All Jahr... All zwei... All drei Jahre... Ein neues Telefon kaufst... Könntest du einfach das Abo machen... Und hast du jedes Jahr dann einfach... Anrecht auf... Das neueste Gerät... Also... Es gibt dann auch... Drei Tears offenbar... Für äh... Ja jetzt gibt es halt auch... Drei iPhone-Modelle... Und dann gibt es das für die drei... Auch drei... Unterschiedlich teure Tears... Und das wäre... Laut dem... Er hat einfach den Preis... Tiefer angesetzt... Als das Apple Eintausch-Programm... Genau so heisst es glaube ich... Das Apple Upgrade-Programm... Ja... iPhone Upgrade-Programm... Ja genau... Genau... Und er hat dann den Preis... Jetzt einfach tiefer... Das sind halt einfach Annahmen... Oder... Weil Preise hat er nicht gewusst... Und ähm... Der Dominik, der Bärlacher bei uns... Hat über die Geschichte geschrieben... Könntest du dich und nachlesen... Ich werde sie sicher verlinken... Und äh... Aber jedenfalls... Die wären... 35 Stutz... 45 Stutz... Und 50 Stutz... Im Monat... Mhm... Und jetzt... Wenn es eben... Der Luke und ich vorher... Haben uns das... Klar machen... Wie man das am besten vergleicht... Weil... Genau... Weil... Es gibt ja verschiedene Ausgangslagen... So der klassische Nutzer... Äh... Wenn jetzt einer würde... In Rate zahlen... Würde er 22 Franken... 28 Franken... Und 31 Franken zahlen... Also... Einiges weniger... Oder... Als jetzt das Abo... Aber... Er ist halt drei Jahre... Das gleiche Gerät... Mhm... Und... Wenn man jetzt aber... Den Einjahresnutzer anschaut... Der wo... Und auch wieder auf das iPhone... Äh... Auf das günstige, oder? Ja... Äh... Ah nein... Also das günstigste ist... Ich habe mir die drei Preisen aufgeschrieben... Sorry... Stimmt natürlich nicht... Eben... Der mit einem 800 Franken... Telefon... Der zahlt einfach 22 Franken pro Monat... Auf drei Jahre... 28 und 31 sind die teurerer Geräte... Mhm... Und jetzt... Äh... Ich erzähl dir Scheissdreck... Egal... Äh... Jetzt komm ich... Jetzt komm ich... Jetzt komm ich... Jetzt komm ich... Ich komm ich... Ich sag's nochmal... Fangen wir nochmal... Fangen wir nochmal... Von vorne an... Wirklich... Oder weisst du... Gehen wir mal nur vom iPhone 3 10 aus... Lassen wir mal die anderen weg... Weil sonst haben wir so viele Zahlen... In dieser Erklärung... Ach ja ja... Genau... Ja... Ja... Wir können ja nur das... Das ist einfach... Ja... 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 Die Rechnung ist... Genau... Die Rechnung ist... Wenn du jetzt... Sorry... Die Rechnung ist... Wenn du jetzt in den Laden gehst... In den Online-Shop... Und du siehst dort... Ein von 13 799 Dollar... Und du hast davon aus... Du wirst es drei Jahre behalten... Ja... Dann... Dann wird sich das einfach... Auf die drei Jahre... Auf die 36 Monate... Auf 22 Franken 19 pro Monat... Abbrechen... Das ist... Das ist... Das ist kein Abo... Das ist einfach... Das würdest du so... Abbrechen... Wenn die 3799 Dollar... Auf drei Jahre verteilt sind... 22 Dollar 19 pro Monat... Genau... Und beim Einjahresnutzer... Sind es dann 66 Franken... Oder... Genau... Der gleiche Preis... Einfach auf ein Jahr verteilt... Und wie viel kostet das Abo jetzt... Im Mai von 13... Oder was ist das Gerücht... Das wären jetzt 35 Franken... Und dann bekommst du... 35 Franken... Genau... Und das heisst... Für den Einjahresnutzer ist es irgendwie... Relativ... Relativ klar... Deutlich günstiger... Was da natürlich nicht drin ist... Ist der Wiederverkaufswert... Von deinem Telefon... Oder... Weil... Gerade iPhone... Kannst du gut wiederverkaufen... Und... Ich finde es ehrlich gesagt... Noch schwierig... Zum Vergleichen... Also... Vermutlich ist es... Auch immer der noch günstiger... Für den, der jedes Jahr eins kauft... Vermute ich... Ja... Für den anderen... Der, der alle drei Jahre eins kauft... Der muss sich so eh überlegen... Oder... Wie ist es ihm das Wert... Oder... Ist es ihm der Aufpreis von... Äh... 13 Franken... Ja... 13 Franken im Monat... Also gut... Eben... So Rechnen ist es natürlich ja nicht... Weil du zahlst ja eigentlich... Ähm... Fix... Aber ja... Jedenfalls... Interessante... Interessante Rechnung... Und eben... Warum Apple das macht... Weil eben... Beim... Beim Drei-Jahresnutzer... Gewinnen sie ja... Aber beim anderen verlieren sie... Oder... Aber sie machen... Ja... Weil eben... Der zahlt ja jetzt eigentlich mehr... Aber das Gerät muss ja wieder zurückgeben... Oder nach einem Jahr... Ja genau natürlich... Eben... Und dort kommt es jetzt eben... Du kannst natürlich das Gerät nicht mehr verkaufen... Oder... Also... Ähm... Du kannst die paar Hundert Franken jetzt zurück... Und... Apple... Hingegen... Kann die Dinge natürlich so refurbischen... Und wieder verkaufen... Das heisst... Sie machen... Dort dann eigentlich gleich nochmal Geld... Und... Ja... Und wir vermute ich auch... Bei der Überschlagsrechnung... Da... Es ist eigentlich auch ein... How to... Äh... Wie produziere ich möglichst effiziente Elektroschrott? Und das finde ich hier völlig so... Ich meine... Das ist doch völlig Hannenbüchen... Wenn du das so adroaktiv machst... Dass da Leute... Wer eigentlich sonst drei Jahre... Das würden behalten... Sich nachher ein Abo kaufen... Dann hat dann... Flutist du künstlich den Markt... Mit so verdammten Geräten... Und... Und ich meine... Apple sind die... Die haben noch vor ein paar Jahren gesagt... Ja... Wir tun den Charger nicht mehr rein... Aus Umweltgründen... Aus Umweltschutzgründen... You fuckers wirklich... Einfach nicht... Oder? Das... Das ist eben die... Die Frage... Die ich mir auch schon gestellt habe... Also... Wie lange geht das auf... Für Apple... Das ist stimmt... Also wir haben sich das schon überlegt... Aber es ist ja genau das... Oder... Wenn ich... Ähm... Das... Mein iPhone ja zurückgebe... Und es nicht selber... Wenn ich es selber... Sagen wir es so... Wenn ich es selber wieder verkaufen... Mein iPhone nach einem Jahr... Nach zwei, nach drei Jahren... Dann... Bekomme ich ein wenig Geld zurücküber... Aber sind wir ehrlich... Bei den meisten Leuten... Das alte iPhone bleibt in der... Schublade stecken... Oder irgendwo... Also ja... Es ist ein Ersatzform... Falls es mal kaputt geht... Irgendwie... Die meisten... Wahrscheinlich... Ihres alte iPhone... Nicht wieder verkaufen... Wenn Apple... Das ist so... Ich weiss... Das ist so... Ja... Richtig... Und ich kenne auch... Also... App... Ich... Ich weiss es nicht... Ich sage einfach mal... Anhand von meinem Fall... Ich gehe davon aus... Die meisten... Ihr altes iPhone... Sobald sie es neues kaufen... Nicht... Wieder verkaufen... Sondern... Es verstaubt irgendwo... Als Ersatzhandy... Oder whatever... Oder... Man weiss nicht einmal... Dass man noch so viel Geld... Für ein altes iPhone... Kriegt man ja noch... Erstaunlich viel Geld... Aber das wissen die meisten... Gar nicht... Jedenfalls... Gehen wir mal davon aus... Das wird nicht verkauft... Hingegen... Wenn ich jetzt... In diesem Abo-Programm drin bin... Und mein altes iPhone Apple gebe... Damit ich ein neues Phone bekomme... Und Apple mein altes... Dann natürlich... Selber wieder verkaufen... Wie Simon gesagt hat... Dann flutte ich den Markt... Mit noch mehr Phones... Und irgendwann kommt doch der Moment... Wo es keine Abnehmer mehr gibt... Oder... Also weisst du... Wenn alle... Also... Gehen wir mal weit in die Zukunft... Alle kommen... Jedes Jahr... Ein neues iPhone über... Wer will denn noch... Ein altes iPhone? Theorie... Ja eben genau... Der Preis... Der Preis müsste... Da sinken... Ja... Weil das ist Angebot und Nachfragen... Es gibt das Überangebot... An iPhones... Und das heisst... Alte iPhones... Das ist wahrscheinlich für... Für einen Bruchteil von dem... Was heute kostet... Also ich finde irgendwie... Die... Die... Die Service... Ähm... Das Service-Modell... Das ist so wirklich... Ja der Trend überhaupt... Dass man alles irgendwie... Als Service anbietet... Ja... Und... Das ist... Bei gewissen Sachen wohl... Sinnvoll... So... Office finde ich geil... Da bekommst du immer die neueste Version... Und zahlst irgendwie 100 Franken oder so... Im Jahr... Das finde ich fair... Ähm... Aber so bei Hardware... Das gibt es ja auch so Fitnessgeräte... Das machen und so... Aber jetzt da... In dem Fall... Ich meine... Ach Gott... Das ist aber wie beim Auto Leasing... Ja... Früher... Meine Eltern haben ein Auto... 10-15 Jahre gefahren... Aber heute... Wenn du... Jedes Jahr eine neue Karre... Das ist künstliches Ankurbeln... Von einer... Von einer ganzen Wirtschaftszweigse... Das Leasing... Oder... Die haben ja das Interesse... Dass die Autos verkaufen... Dasselbe passiert... Bei Handys... Finde ich... Ich finde es... Höchst fragwürdig... Und zeigt... Ja... Weil Samsung wird eine Union anziehen... Und alle werden anziehen... Und dann ist das einfach... Ja... Genau... Wenn das... Erstens das... Aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben... Ist natürlich auch... Die Auswirkungen auf den Markt... Die potenziellen... Und das ist natürlich schon krass... Von allen Händlern... Also auch Digitec... Die Geräte verkaufen... Und jetzt gerade... Smartphone-Anbieter... Hat die Compari-Software irgendwie aufgelistet... Oder mal eine Auswertung gemacht... Gerade in der Schweiz... Und eben... Die USA ist ja auch extrem... Das Apple-Land... Wo dann irgendwie... Der Anteil in 40-50% ist... Auf den Verkäufen... Von Apple-Gerät... Von iPhone... Und dann fällt das einfach weg... Also ich meine... Kannst du den Laden dicht machen... Oder? Und während Apple eben da... Die Rechnung, die sie da machen... Mit irgendwie... Den Abo-Einnahmen... Plus dann... Der Verkaufswert noch vom Telefon... Also würden sie uns rummachen... Aber eben genau... Die Frage ist, wie lang... Genau... Also... Hey... Also... Es klingt zu wahr... Ehrlich gesagt... Das Ganze... Also ich kann das viel zu gut... Ich kann das viel zu gut glauben... Ja... Ja... Es klingt jedenfalls so nach... Und man kann... Für den Moment... Ist es profitabel... Also macht man es... Und dann... Irgendein Zukunftsplan... Wie es wahrscheinlich schon gibt... Apple macht das sicher nicht einfach... Und ins Blaue raus... Und hat keinen... Plan... Wie quasi Exit-Strategie... Sagen wir es so... Ja... Aber... Ja... Es klingt schon... Ich... Was ich in dem ganzen Ding... Wirklich noch nicht verstanden habe... Ich habe den Artikel von Bloomberg... Jetzt schon mehrmals durchgelesen... Was ich noch nicht draus... Vielleicht kann mir irgendjemand da draussen helfen... Ist... Mit dem jetzigen Upgrade-Programm... Wo... Genau das ja schon ist... Das mit dem... Ah... Ich zahle... Ja... Monatliche... Monatliche Raten... Mhm... Aber ist das nicht... Jetzt auch schon... Das ist doch das Apple... Offenbar... Offenbar... Also wenn ich es gelesen habe... Nicht... Okay... Ich bin ja kein User von dem... Aber... So habe ich es jetzt verstanden... Du... Das Eintauschprogramm ist es... Eintauschprogramm... Du kaufst dein Gerät... Aber das ist ja das... Und gehst es dann eintauschen... Aber ganz ehrlich... Das stammt schon da... Also iPhone Upgrade-Programm... You don't have to pay your new iPhone... All at once... You can simply pay it over time... The full cost of your iPhone... And the selected Apple Care Plus coverage... Is spread out over 25... 24 months... With 0% interest... 0% leasing... Kann man irgendwo her... And you can upgrade... Once you've made... The equivalent of 12 payments... Es ist... Also... Das ist wirklich der Punkt... Wo ich... Das ist der Punkt wo ich noch... Wo ich wirklich noch... Ein bisschen anders ist es gleich... Das ist ja erstens... Du... Kannst immer noch wählen... Ob das machst du oder nicht... Oder bist du nicht... Ähm... Es ist einfach deine Entscheidung... Oder ob es dann vermutlich noch reintausch ist... Und von dem willst du profitieren... Und kannst offenbar einfach... Ein Ratesystem auswählen... Und... 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 Das andere ist halt einfach noch mehr Abo... Also... Halt wirklich... Ja... Also du meinst... Also übrigens... Dass es immer nach einem Jahr getauscht wird... Und nicht auf... Auf... Du musst ja vor allem mal kaufen... Also weisst du das schon mal... Das fangst du dir jetzt schon mal an... Wenn ich jetzt als Android User das mache... Dann muss ich das zuerst mal kaufen... Für 800 Franken... Okay... Aha... Jetzt... Das in diesem Eintauschprogramm... Ich habe ja kein Salz iPhone zum Eintauschen... Das heisst... Ich muss jetzt mal eins kaufen... Für 800 Franken... Und... Ich habe dann in einem Jahr... Für... 400 Franken... Neues kaufen oder so... Nein... Aber es gibt schon einen Abo... Aber was der... Was der... Was der... Was der... Was der... Was der... Stimmt... Stimmt... Ich habe da ein... Ich habe das... Ein Monatliche Zahlung... Ja... Aber du musst ja zuerst mal das Gerät halt... Ja... Du kannst ja nicht... Ich glaube du kannst nicht das Abo machen... Ich kenne das Ding nicht... Aber du kannst vermutlich nicht das Abo machen... Ohne Gerät... Sondern du machst das... Du... Du zahlst sozusagen... Du tauschst das Gerät ein... Und statt die 400 Franken... Upgrade... Gebühren zu zahlen... Verteilt sich die Summe auf 2 Jahre... Ah... To start a new plan... Ja... Das stimmt... Das ist so... To start a new plan... Du musst das als iPhone haben... Aber das heisst... Du kannst hier irgendwie... Ja... Sehr ähnlich... Aber ja stimmt schon... Sehr ähnlich... Einfach jetzt wird es dann offenbar... So der... Der Einstiegspreis... Ähm... Aber gibt es das in der Schweiz überhaupt... Das Upgradeprogramm? Ach das ist... Aha... Das weiss ich ja gar nicht... Es ist ja noch nicht mal bestätigt... Ob das überhaupt kommt... Also das ist ja... Ja... Aber ich finde einfach allgemein... Ich glaube... Man könnte auch mal eine Sendung drüber machen... Zu dem ganzen... Service-Zeug irgendwie... Ich finde das eigentlich alles... Das birgt für mich... Es ist wirklich... Sehr oft einfach... Ja... Du ziehst den Leuten einfach Geld aus der Tasche... Und hoffst, dass sie es irgendwie vergessen... Und... Ist so... Das... Das spielt... Weisst du wie viele Streaming-Anbieter... Das ich irgendwie bezahle... Und was für eine bizarre Zeitungs-Abo ich nicht gekündet habe... So irgendwie... Der Bund... Digital-Version... Weil ich einen Artikel wollte lassen... Und vergesse es zu künden... Ist leider auch nicht letztendlich gekündet... Ey... Gerade etwas... Gerade etwas anderes... Was ich dafür... Ich habe meine Mails wieder archiviert... Wieder morgens die ganze Inbox aufgeräumt... Dann kam mir auf ein Mail... Äh... Von... Ich habe meinen Kopfhörer... Verstärker eingeschickt... Im August... Und ich habe eine Mail entdeckt... Wo sie geschrieben haben... Ja... Ist gut... Wir haben dann bekommen... Schau dir nach... Also schon in den USA muss ich kaufen... Es war sozusagen teurer... Äh... Ich habe Frau Mahl und Johan... Eingeschickt für euch... Es läuft eigentlich... Und sie so... Ah ja... Shit... Irgendwie hat eine Umstellung vom Personal... Es ist untergegangen... Schickt einen Neuen... Er kommt morgen... Hey nein... Ich habe es gestern gemeldet... Die haben mittlerweile auch schon expandiert... Nach Europa und so... Crazy... Was ist das für eine... Vielleicht auch eine Medien... Äh... Shit... Also... Scheit... Mit zwei I... Ähm... Das heißt, wenn sie in Europa sind... Könnten wir sie vielleicht auch aufnehmen... Vielleicht kommen sie ja sogar schon... Aber äh... Es ist geil... Es lohnt sich... Eure Abos anzuschauen... Du hast E-Mails... Ja... Äh... Also komm... Äh... Machen wir euch weiter... Ähm... Ähm... Genau... Mit ähm... Lockerflockig... Mit äh... Fantastic Beasts... Drei... Das ist der dritte Teil... Der Secrets of Dumbledore... Ähm... Nein... Überhaupt nicht eigentlich... Ehrlich gesagt... Ich habe nämlich... The Secrets of Dumbledore... Wirklich mega gefühlt... Den Film... Es ist eben wie gesagt... Der dritte Teil... Die ersten Kritiker... Also andere Kritiker sind auch... Schon... Der Konsens ist... Ehrlich gesagt... Nicht so positiv... Hat mich überrascht... Weil ich eigentlich den dritte Teil... Mit Abstand den Best gefunden... Von der gesamten Reihe bis jetzt... Der erste Teil ist ja mehr so... Äh... Monster Hunter im Harry Potter-Universum gewesen... Es ist ein herziger Film... Es ist aber auch ein bisschen... Einer, der... Ein bisschen nach seiner... Ja... Wie soll ich sagen... Nach einer Rechtfertigung sucht... In dem ganzen Harry Potter-Kosmos... Warum existiert überhaupt? Geschichtlich spielt das Ganze... Ja etwa 70 Jahre vor Harry Potter... Soll also ein bisschen so die Vorgeschichte... Ähm... Also es ist 20, 30 Jahre plus minus... Soll die Vorgeschichte... Von der ganzen Harry Potter-Sache erzählen... Der zweite Teil hat ja dann... Völlig den Fokus verändert... Weg vom Hauptcharakter... Im New Scamander... Auf Dumbledore... Und vor allem auf der... Gellert Grindelwald... Damals noch von Johnny Depp gespielt... Die ganze Geschichte ist plötzlich... Mega teuster geworden... Überhaupt... Huren komplizierter... Der Plot ist... Unfassbar verworren... Verwirrt... Und er hat keinen Sinn ergeben... Es ist plötzlich auch... Huren teuster... Und depressiv... Also wirklich... Mir hat der zweite Teil... Nicht so gut gefallen... Ähm... Und der dritte Teil... Der ist rissen worden... Ja... Der ist komplett verrissen worden... Ja... Der ist wirklich ganz... Ein furchtbarer Wert... Also tiefer auch als... The Mag oder so... Der Mag ist okay... Der Mag ist okay... Ich zitiere... So als der... Guilty Pleasure... Äh... Beispiel... Ist eigentlich ein Schrott-Movie... Aber macht gleich Spass irgendwie... Ähm... Harry Potter kennt... Für den ist das nichts Neues... Das... Das grosse Duell... Zwischen dem Dumbledore... Und dem Grindelwald... Das ist so... Der... Grosse Magerkampf... Der im Harry Potter... Immer wieder zitiert wird... Und eigentlich die ganze Reihe... Baut auf dich auf... Oder... Tut auf dich... Es werden ja... Fünf Filme insgesamt sind... Wir sind jetzt beim dritten... Und der soll ja das... He... 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 Und der soll ja auf das... He... He steuern... Also der Kampf kann es noch nicht... Jetzt schon in Teil 3 geben... Sondern der wird erstens später kommen... Das Ganze soll ja so ein bisschen... Aufgebaut werden... So... Ähm... Nein... Ungekehrt... He... 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 Sorry... Ich bin da jetzt gerade völlig... Fehlinformiert im Fall... In dem Fall... Ich habe es... 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 Also ich habe schon beide... Also ich habe schon beide Versionen gehört... Aber ich habe gemeint... Das Letzte hat... Er... Er sagt ja dann irgendwie auch... Ähm... Von einer Zeitung als... Woman... Slapper... Irgendwie so... Bezichtigt wurde... Er hat sich gegen das gewehrt... Und gesagt... Ich... Ich werde da Frauenschänder... In der Zeitung... Das ist... Wie sagen wir das... Ähm... Diffamierung, oder? Ja... Er hat sich gegen das wehren... Und das Gericht hat das dann aber... Abgewiesen und gesagt... Nein... Gemäss Beweislage... Ist das keine... Falschaussage in dem Sinne... Oder keine Diffamierung... Sondern... Gemäss Beweislage... Er hat jedenfalls den Prozess dort verloren... Und Warner Bros... Hat ihn dann wegen dem auch gekündigt... Also... Beziehungsweise... Sie haben ihm gebeten... Ob du nicht würdest... Gern... Freiwillig vom Projekt zurücktreten... Und das hat er dann auch gemacht... Ja... Darum habe ich das jetzt... Eher so rum im Kopf gehabt... Aber... Sie haben schon... Sie haben schon mit der Rolling... Schlechtes... Ja... Eben genau... Das ist dann das Nächste... Das geht's nicht... Also... 2018 kommt... Crimes of Grindelwald ins Kino... Und dort ist schon das ganze Zeug mit Johnny Depp ein bisschen... Im April 2020 hat Ezra Miller, ein Nebendarsteller... Offenbar eine Frau gewürgt... Es gibt auch Videos davon auf YouTube... Weil er provoziert worden wäre... Und er war halt noch besoffen... Und dann packt er sie am Hals und würgt sie... Ist natürlich auch nicht so gut für die PR... Und dann... Echt? Im Juni 2020 ist dann das ganze Transgender-Zeugs... Mit der Joanne K. Rowling... Rausgekommen... Wo auch nochmal schlecht... Ganz klar... Also... The Beasts of Grindelwald sind eigentlich die Schauspieler... Auch das packt dahinter... Ja... Also wirklich... Es ist wirklich alles gegen die Produktion gelaufen... Irgendwie... Jeder, der damit zu tun hat... Schlagt jemanden... Verbrüllt jemanden... Oder tut sich diffamierend äussern... Über den Transgender... Und... Naja... Dass irgendwie da noch ein guter Film rausgekommen ist... Ist irgendwie schon fast... Ja... Ein Wunder gewesen... Und für mich... The Secrets of Dumbledore... Ist absolut geil... Das Drehbuch stammt übrigens... Das Mal auch von Steve Close... Der hat schon sieben von acht... Harry Potter Drehbücher geschrieben... Und Joanne K. Rowling... Hat bis jetzt... Die ersten zwei Fantastic Beasts... Das Drehbuch dazu beigesteuert... Und genau dort... Ist immer die Schwäche vom Film... Dass die Story einfach... Nicht gut erzählt ist... Charakteren nicht gut geschrieben sind... Und das hat sich für mich in Teil 3... Massivst verbessert... Und ich kann schon während dem... Ich habe nicht gewusst... Dass der Steve Close... Das Drehbuch geschrieben hat... Ich habe schon während dem Film gedacht... Ah... Endlich haben wir mal... Einen roten Faden... Endlich ergibt mal alles... Ein bisschen Sinn... Und es ist ein bisschen... Stringenter... Der ganze Plot und so... Und das gefällt mir... Und dann sehe ich im Abspann... Screenplay... By Steve Close... Und dann habe ich gedacht... Ja... Das habe ich noch mitgeschrieben... Aber auch da wieder... Passt das zu Warner Bros. Das ist... Ja... Lieber dort schwiegen... Das war wie beim letzten... Harry Potter Reunion... Special... Wo Joanne Caroling... Irgendwie genau... Nullmal vorgekommen ist... Ja... Einfach alte Aufnahmen... Zwei, drei Wochen... Ja... Richtig... Richtig... Alte Aufnahmen... Die sie noch extra... Ingeblendet haben... Dass die Aufnahmen... Vorher stattgefunden haben... Ich habe es noch nicht gewusst... War der Kamerammer dabei... Sie hat sich selber aufgenommen... Und hat es uns geschickt... Es ist wirklich crazy... Es ist wirklich crazy... Okay... Also der läuft die Woche im Kino... Der läuft ab morgen... Donnerstag, 7. April... Läuft er im Kino... Ah ja... Wie gesagt... Also... Ich hatte wirklich... Sehr, sehr gefühlt... Auch schöne Musik von James Newton Howard... Für mich locker... Der beste Teil der Reihe... Das Schauspiel... Ah, sorry... Das wollte ich noch schnell sagen... Der Mads Mikkelsen... Hat ja Johnny Depp... Als Gellet Grindelwald... Und er ist massiv... Besser... Als Grindelwald... Und passt auch besser... In die Story... Und auch irgendwie... Die Dynamik zwischen dem... Und dem Dumbledore... Wirklich... Das ist ein riesen, riesen Upgrade... Der Depp... Aber wo kannst du den noch schauen? Also ich habe wirklich... Das finde ich... In seinem Stern... Ist so krass untergegangen... Oder irgendwie... Eigentlich angefangen hat es mit... Pirates of the Caribbean... Und dann... Ist eigentlich nur noch... Nur noch der Rap... Ja... Das ist... Dort hat er einfach nochmal... Einen feten Boost bekommen... Von Pirates of the Caribbean... Als Jackspot... Ja... Aber... Schauspielerische Leistung... Ist exponentiell... Mit der... Mit der Exposure von ihm eigentlich... Also weißt du... Irgendwie... Er ist dann... Ja... Weiss er nicht... Oder es ist so... Fear and Loving in Las Vegas... Es ist so... Schauspielerisch... Und so zum Beispiel... Oder irgendwie... Aber so... Das ganze Zeug... Ich meine... Am Schluss ist er auch noch... Als One-Trick-Pony... Wo irgendwie so... Der typische... Madman kann spielen... Wo er eigentlich ist... In dem... In dem... Als... Pirates of the Caribbean... Wie heisst er? Ja... Jack Sparrow... Jack Sparrow... Ja... Er spielt eigentlich... Ja... Jetzt spielt er einfach... Jack Sparrow... Einfach als Indianer... Jack Sparrow... Als... In der Schocke-Fabrik... Jack Sparrow... Das ist der... Als Pirat... Ist es so... Es hat etwas... Ja gut... In Charlie and the Chocolate Factory... Spielt er eigentlich mäßig... In Michael Jackson... Da habe ich das Gefühl... Uhhh... 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 Das ist jetzt... Ricky Gervais... Uhhh... Sexy... Ui... Aber... Über den Piraten... Dann habe ich vielleicht... Nächste... Oder übernächste Woche... Ich habe nämlich die erste Folge... Von der HBO-Serie... Von und mit White Titi... Nice... Die äh... Die äh... Nicht für Disney... Skatu... Uhhh... Oder ist du auf Disney gelaufen? Wenn du HBO hast... Das ist auf HBO... Oder Hulu... Ich überlege jetzt gerade... Ich überlege jetzt gerade... Nein, es ist HBO... Es ist HBO... Gut, ich muss sagen... Bei mir... Ist mega vieles auf HBO... Und auch auf Disney... Da... Death on the Nile... Und gerade nochmal etwas... Weil eben vermutlich... Weil wir das deutsche Disney haben... Und auch das amerikanische HBO... Dann überkreuzt es sich irgendwie... Weil... Das ist das, was ich gesehen habe... Nämlich... Der... Der... Murder... Shit, jetzt habe ich Murder geschrieben... Murder auf den Nile... Heisst es glaube ich auf Deutsch... Da heisst es... Ich habe den Trailer zum Glück gekauft... Ich habe mir gerade gedacht... Das stimmt irgendwie nicht... Das... Das klingt nicht gut... Vermutlich ist... Murder on the Orient Express... Und Death on the Nile... Ähm... Das ist äh... Das ist äh... Sorry... Sorry... Ja genau... Äh... Es ist sozusagen die Fortsetzung von... Eben... Ähm... Mord im Orient Express... Vor... Drei... Vier Jahren... Ähm... Und das ist äh... Beides... Agatha Christie... Verfilmung... Ähm... Äh... Keine Ahnung... Zeitlich... Nach dem Orient Express... Das kommt ja gar nicht davon... Das sind halt solche... Die... Die Murder... Murder Mystery Krimis... Mit dem Hercule Poirot... Wo da wieder mitspielt... Der... 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 Gespielt wird der von Kenneth... Brenna... Vermutlich... Böö... Ja... Brenna... Er ist... Ja... Der ist auch der Regisseur... Und äh... Ja... Er verkörpert da wieder Poirot... Und die Geschichte ist... Sie sind... Sie sind... Er wird da... Sozusagen eingeladen... Auf das... Auf so einer... So einer Nilfahrt... Wo... Ein junges... Pärli... In Hochzeitsreise... Sozusagen feiert... Mit... Freunden und Bekannten... Und sie ist natürlich... Stinkreich... Oder... Kann sich da eben... Das ganze Schiff da... Für ihre... Ihre Freunde... Mieten... Und dann... Und dann... Ja... So richtig... Dekadent... Wirklich... Der ganze Film ist ja so... Ich finde... Er hat noch einen speziellen Stil... Er renzt fast... Ist fast doch ein bisschen kitschig... Aber ich habe es irgendwie doch noch... Alles in allem irgendwie noch geil gefunden... Eben... Das zeigt einfach das... Der Kolonialstil... So der Dekadent... Von den Westlern... Von da eben auf... Ägypten gehen dort... Und Pyramiden und so... Und... Hier im dicken Schiff... Und ihr alle... Der weissen Kleider... Die gehen feiern... Und dann... Natürlich passiert ein Mord... Auf dem Schiff... Und dann... Eben... Sie ist mega reich... Und dann wird ihr natürlich... Der Klunker geklaut... Das ist ja das... Das gibt man auch im Trailer schon... Das ist so die Prämisse... Und dann geht es natürlich wieder darum... Erstens wie geht es weiter... Oder... Und wer ist es vor allem gewesen... Oder... Und... Leider ist es wieder so ein Film... Aber das sind glaube ich... Alle Agatha Christie... Du kannst selber... Nicht drauf kommen... Also... Ich glaube du... Das merkst du auch... Bei seiner Auflösung... Die Filme sind ja immer gleich gestrickt... Oder... Also... Da werden die ganzen Leute vorgestellt... Und da ist auch wieder... So ein riesen Kader... Oder an Leute... Die man kennt... Ähm... Ja... Der Russell Brand spielt mit... Darum... Ja... Der ist noch gut... Aber der ist noch gut gehandelt... Den siehst du auf den... 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 Den kann man jetzt... Aber jetzt einfach... Der ist... Komplett... Irgendwie... Abgeschwoffen... Der ist jetzt... Komplett... Ist der nicht schon immer doof gewesen? Nein... Der hat... Früher... Und so... Und so... Und so... Und so... Der zieht gerade durch... Er zieht... Von Corona... Geht weiter mit... Putin... Oh nein... Kann man nicht schauen... Er hat... Er hat keine... Grosse... Also... Er ist eine Nebenrolle... Eine von der... Genau... Er ist eine Nebenrolle... Ähm... Aber... Er ist wirklich... Ein sehr entstimmiger Film... Ähm... Wirklich mit mega schönen Bildern... Von dem... Von dem Schiff... Und dem... Und dem Nil... Und eben ihren schönen Kleidern... Und alles... Er ist einfach so gediggen... So prunktvoll... Wirklich schön zu schauen... Und einfach... Ich bin immer Fan... Von dem Murder Mystery... Es gibt so wenig... Die Geschichten... Ich habe natürlich... Ich habe die Geschichten schon gekannt... Aber ich hatte keine Ahnung mehr... Ähm... Wer es genau ist... Ich habe dann auch immer so... Gewisse... Gewisse Sachen... Sind dir noch so... Irgendeine Erinnerung... Dann weisst du... Das ungefähr wird sein... Und ich habe nur... Etwas... Ist mir aufgefallen beim Schauen... Also... Wie sich jemand... Verroten hat... Das hat dann nicht... Gerade... Den Murder Verroten... Aber... Etwas hast du tatsächlich... Ausfinden... Was ich schon gar gefunden habe... Ist jetzt... Fast ein bisschen einfach... So wie sie das... Hey... Jetzt hat das nicht gerade... Jeder geschnallt... Aber das alleine... Typisch... Agatha Christie... Ist das natürlich nicht... Das einzige Geheimnis... Es ist ja immer so... Extrem verstrickt... Oder eben... Wer... Mord im Orient Express... Kennt... Was dort die Geschichte ist... Der weiss... Was haben wir gesagt... Dahinter steckt... Also ich habe wirklich... Tipptopp gefunden... Und ich... Ich bin... Ich bin nicht einmal Fan... Von der... Es ist auch so ein Zwetschger... Wie heisst sie... Äh... Wie heisst sie... Wonder Woman... Ah... Gadot... Wie heisst sie... Gal... Gal Gadot... Gal Gadot... Gal Gadot... Gal Gadot... Die hört... Die hört halt immer ganz komische Sachen... Gegen... Palästina und so... Oder wie sie schon von Israel... Und äh... Ja... Da... Da kannst du auch nicht zuhören... Das ist wirklich... Ja... Aber das ist halt so... Aber sie passt... Sie passt in die Rolle ein... Weil sie wirklich... Sie sieht ein bisschen aus... Kleopatra... Und so... Und... Und sie... So die dekadente Reiche... Oder einfach so... Ja... Äh... Nein... Es ist wirklich ein guter Film... Sehr unterhaltsam gewesen... Und äh... Ja... Gut... Mystery... Ich mag das... Das ist einfach... Kann man sich geben... Gibt's eben auf Disney... Disney Plus... Also ich bin... Ich bin Fan von... Also Mord im Orient Express... Sorry... Eben von dem bin ich jetzt nicht so Fan gewesen... Irgendwie hat er mich nicht so gepackt... Er hat zwar eine spannende Prämisse... Aber... Er hat mich dann eben nicht ganz so gepackt... Nicht bei der Stange gehalten... Und gegen... Knives Out... Habe ich... Grandios... Und das ist auch so ein Murder Mystery... Und den habe ich... Sowas von gefühlt... Ja... Den... Aber der ist einfach besser gefühlt... Ja... Aber der ist einfach der Film... Besser... Also weißt... Beim... Mord im Orient Express... Das ist eine mega gute Geschichte... Finde ich... Also die Geschichte ist mega gut... Der Film... Ist einfach... Ist easy... Ich glaube... Du könntest tatsächlich den alten schauen... Und beim... Death on the Nile... Habe ich auch schon den alten gesehen... Der ist irgendwie aus den 70er oder so... Der ist wirklich auch gut gewesen... Und äh... Ich habe aber den jetzt wirklich... Der ist wirklich... Einfach... Weil er wirklich schön gemacht ist... Und beim anderen... Er ist ja auch wieder mit dem Johnny Depp... Und so... Ich habe den glaube ich einfach auch... Ja stimmt... Ich habe den einfach gut genug gefunden... Weil... Weil die Geschichte gut ist... Ja... Aber den Film selber habe ich jetzt auch nicht... Aussergewöhnlich... Aber es ist auch ein schönes Setting... Mit dem romantischen... Also der Zug halt... Oder der Orient Express... Und so... Ja ja... Production Value ist richtig... Richtig schön... Ja... Genau... Ich glaube die alten 70er... Du meinst... Der Hauptcharakter... Also der Hauptcharakter... Ercule Poirot... Wird dort... Glaub... Vom... Ähm... Wie heisst der... Griffith... Das könnte sein... Ähm... Ich gehe sonst aber vielleicht schon mal weiter... Ja... Also... Dann... Ich habe... Eineinhalb Games... Ähm... Ja... Ich habe... Beim Einten... Mies Update... Aber ich kann... Noch nicht lange... Es haben uns leider keinen Code geschickt... Wir sind... Wir gehören nicht zu Privilegierten... Aber ich kann auch das Lego... Äh... Lego... Star Wars... Der Skywalker Saga... Der... Ehrlich gesagt... Ich habe es nicht einmal so richtig auf dem Radar gehabt... Es war auch so ein recht gehypetes Spiel... Ich habe mir viel davon gehört... In mir... Denn doch auch... Ähm... Obwohl ich dann gefunden habe... Ja, aber hey... Ist doch einfach ein Lego Game... Von denen gibt es doch wie Sand am Meer... Äh... Stimmt irgendwie auch... Aber... Aus irgendeinem Grund ist dann... Äh... Äh... Nein... Du Simon... Nein... Nein... Alles interessiert mich wahnsinnig nicht... Okay... Sie sind... Die sind eben... Immer gleich gewesen... Es sind halt... Eben... Ich würde behaupten... Es sind schon Kindergames... Also... Ehe oder? Spielzeug ja auch... Und... Ich habe die... Eben... Die hat es schon die Star Wars Trilogie... Halt damals noch... Die hat es schon gegeben... Oder es sind schon alle sechs gewesen... Weiss ich nicht mehr... Ähm... Indiana Jones... Ghostbusters... Herr der Ringe... Also ich habe keine Story gespielt... Weil es ist immer das gleiche... Irgendwie so nach ein paar Stunden... Ich habe es halt langweilig gefunden... Weil... Es ist so basic... Oder... Du läufst einfach rum... Schiessst alles runter... Schalter Rätsel da... Äh... Per Knopfdruck... Wirklich mit einem Knopf... Namens als Legoteile irgendwie... Etwas zusammensetzen... Was an dem Ort steht... Nicht dass du irgendwie da... Du musst nicht kreativ sein... Du drückst nur den Knopf... Und dann baut es halt das Geschütz zusammen... Dann kannst du mit dem schiessen... Oder... Irgendetwas... Oder es baut einen Knopf zusammen... Und dann stehst du auf der Knopfuhe... Und weil es Coop ist... Stehen zwei Leute auf zwei Knopfuhe... Ja... Also es ist wirklich... Sehr sehr simpel... Ähm... Und die Alten wirklich... Sind wir dann wirklich schnell ausgefahren... Weil es halt... Eben... Brutallinear halt sind... Oder... Dann läufst du einfach deinen Gang entlang... Auf dem Death Star und so... Und dann prügelst dich durch... Und der ist jetzt schon noch etwas geiler... Das Level ist viel offener... Jetzt in einem Raumschiff ein bisschen weniger... Oder... Aber wenn du jetzt auf Tatooine oder so kommst... Dann kannst du wirklich... Du bist dann auch in den... Wie heisst der Ort bei Boba Fett... Wo es die ganze Zeit gewesen sind? Ähm... Mos Eisley... Mos Eisley... Egal... Aber auch in so einer Stadt... Vermutlich ist es Mos Eisley jetzt in dem Fall... Oder Mos Espa... Ja... Egal... Einer von diesen Städten... Da wird es Mos Eisley vermutlich sein... Most likely... Ähm... Und äh... Die kannst du wirklich... Du hast einen Wegpunkt... Wirklich... Double sicher... Zeigt durch... Oder du siehst dann die Leute... Mit den Ausrufenzeichen... Oder Fragezeichen... Die dir Nebenquests geben... Und du kannst wirklich... Ein bisschen erkunden... Und sie sind dann doch noch... Erstundlich weitläufig... Und im Alten ist die Kamera wirklich so fix gewesen... Also jetzt ist es halt wirklich mehr so ein bisschen... Open World... Third Person... Du kannst frei rumschauen... Und äh... Und so wirklich so ein recht ausführliches... Also ausführliches Upgradesystem... Du findest dann... Zusammen ist ja non-stop... So die Steinchen... Oder die Lego-Steinchen... Und dann gibt es dann noch so die... Küber Bricks... Weiss gar nicht... Irgend so heisst es... Äh... Die musst du dann finden... Oder durch Challenges... Oder eben Nebenquests... Und so kommst du die über... Und dann brauchst... Von denen brauchst du halt... Eine gewisse Zahl... Irgendwie vier... Und dann brauchst du tausend... Von den normalen Lego-Steinen... Und dann kannst du das Upgrade machen... Und Upgrades gibt es für... Alle Figuren... Übergreifend... Oder auch für irgendeine... Neun Klassen... Weiss so... Schurken... Protokoll-Droid... Oder Bounty Hunter... Äh... Also... Früher hast du eben das Zeug... Ich glaube so Gold-Bricks... Hast du gesammelt... Aber das ist nur ein Collectible gewesen... Nicht... Oder... Jetzt wahrscheinlich... Das Zeug sammeln... Oder etwas bringt... Hey... Und das hat irgendwie... Es ist so... Der Umfang... Ist so gigantisch... Weisst du... Es sind alle neun Filme... In Kreuz... Irgendeiner Reihenfolge... Es hat irgendwie... 100 Figuren... Weisst du... Zuerst habe ich wirklich gemeint... Ah ja... Schau... Also die Main-Figuren... Aber nein... Es hat natürlich... Alle Figuren... Also ich bin unter... Unter den Freischaltbaren... Weisst du... Irgendwie... Scrollsch und scrollsch... Also... Und der Fahrzeug... Oder... Es hat alles drin... Und... Von dem her ist natürlich... Du bist ja in all diesen Locations... Es gibt mega viel zu sehen... Also ich glaube... Wenn du Lego und Star Wars Fan bist... Dann ist das... Dann ist das gesetzt... Dann ist das geil... Und ich finde es wirklich... Auch schon ein bisschen besser... Als die alten... Weil es ein bisschen mehr Abwechslung hat... Aber... Das Gameplay... Der Kern ist immer noch das gleiche... Also es ist immer noch... Sehr wellenmässig... Amigst mit den Gegnern... Weisst du... Dann... Einfach stupid runterbeschiessst... Jetzt nicht so... Ja... Klar... Du kannst nachher auch Zeugs rumschleudern... Ähm... Und dann... Ja... Setzt halt irgendein Geschütztorren drauf... Und der Chewbacca macht dann... Schweisst ihn dann an... Wenn du das Zweite bist... Ist halt schon gleich einiges lustiger... Weil dann... Die Spieler sind nicht so doof... Du hast immer mehrere eben... Figuren... Aber du kannst frei wechseln... Oder... Du kannst einfach hopp hopp... Zwischen den hin und her hoppen... Ähm... Und... Megaschön... Auch das Design... Also... Scheisspolierte... Legosteine... Sieht schön aus... Und eben... Mal bist du in einem Raumschiff... Mal bist du auf einem... Wie komischen... Viechen rumreiten... Und dann mit dem Laserschwert... Und dann... Es ist alles drin... Aber... Aber... Es folgt schon los... 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 Wenn du blind... Immer am Weg folgst... Und fragst du immer gerade... Wolltest du die Story weitermachen... Wenn du am Ziel bist... Und dann... Ja... Gehst du halt dort weiter... Und... Das ist natürlich alles drin... Von den... Von den Barfights... So... Todesstern... Und... Genau... Was immer noch... Das... Aushänge schildert... Von dieser Legoserie... Ist eben der Humor... Also... Da kommt Darth Vader... Und du siehst... Die überraschten Rebellen... In diesem Raumschiff... Im New Hope... Im ersten Teil... Und der eine... Steht halt einfach... Irgendwie... Irgendwie... Oder... Schmeisst halt einfach... Irgendwie... Es ist nicht endlich ein Humor... Aber es ist... Mal... Mal origineller... Mal weniger... Aber... Ähm... Es ist... Es ist... Es ist noch witzig... Also... Du bist schon immer ein bisschen am Schmunzeln... Ich finde wirklich... Der Humor... Ist schon immer gut gewesen... Und bis jetzt... Ich habe jetzt erst ein paar Stunden gesagt... Ist er wieder... Gut... Und er ist auch wichtig... Also... Ohne das wäre es... Wäre es... Wäre es... Plump... So ist es einfach noch so ein bisschen... Geil... Und du könntest auch umstellen... Zwischen Kauderwelsch und... Äh... Der Originalstimme... Also... Wir müssen übrigens das mal schauen... Weil der... 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 Oh ja... Oh ja... Oh ja... Der... 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 Der Darth Vader Stimme hat... Der klingt original... Okay... Äh... Aber die anderen nicht... Könen sehr ähnlich... Aber ich habe das Gefühl... Die meisten anderen... Nicht das Original sprechen... Der könnte es allerdings sein... Oder einen guten... Äh... Poster... Aber findest du es... Aber findest du es gut? Oder äh... Also... Ich würde... Ich würde es nicht... Für mich ist es ein bisschen... Ich habe es einfach so noch... Zwei Stunden... Nein... Ich hätte schon noch eine Stunde... Hätte ich aufhören... Weil es mir einfach... Es fordert mich nicht... Ich bin zwar... Ich habe zwar ein paar Mal... Müssen schauen wie es weitergeht... Aber einfach weil... Wie das Game kommuniziert er nicht... Muss ich da rum... Und dann so... Ah... Da wäre ein Doppelsprung da rüber gewesen... Oder... Dort hätte es irgendeinen Hebel gehabt... Es ist kein Rätsel gewesen... Es ist einfach... Man hat das Gaming nicht kommuniziert... Was du machen musst... Ähm... Zwei, drei Mal... Wirklich nicht geschnallt... Was das Game von mir will... Aber... Schwierig ist es nie... Oder? Und ähm... Ja, darum... Aber... Ey... Ich finde es solid... Wenn man jetzt wirklich... Wie der Luca jetzt wirklich einen Star Wars Fan... Und das noch nie gespielt hat... Dann ist... Also der Fanservice... Das ist das Trieft von Fanservice... Geil, 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 geil... Also... Ich glaube, du würdest das schon noch cool finden... Ich habe noch... Einfach noch ein bisschen weiter... Ding gezockt... Weil... Einfach, dass ich das nochmal... Ähm... Von dem nochmal von Zelda... Weil ich es immer noch sensationell finde... Das Tuning... Ähm... Das Zelda... Ja... Das Zelda-mässige... Ähm... Mit... Ja... Und solche knackigen Bosskämpfe... Und äh... Ich bin... Ja... Ich bin schon recht viel weiter gekommen... Und ich finde es... Immer noch... Sensationell... Weil du einfach... Eben... Du bist immer gefordert... Und nicht irgendwie... Eben... Postkämpfe können zum Teil schon... Äh... Ein bisschen nerven... Die Estranuigkeit... Einfach nicht geschafft... Aber ähm... Sonst sind irgendwie... Du musst einfach immer mitdenken... Sechs einfach... Damit du weisst... Wo du durchgehst... Und das habe ich ja schon mal gesagt... In ein paar Folgen... Dass das schon nerven kann... Du findest dann aber eben... Du findest dann aber eben... Naht ins Naht und die Spielanleitung... Und mittlerweile habe ich auch... Genug Übersichtskarten... Damit ich weiss... Wo ich ungefähr bin... Das hilft schon extrem... Oder? Dann siehst du einfach... Ah... Okay... Ich bin da... Du findest einfach... In regelmässigen Abständen... Neue Sachen... Oder entdeckst du Sachen... Also weisst... Du merkst dann irgendwie... Der Shit... Den ich den ganzen Inventar hatte... Das kann ich so brauchen... Also weisst... Irgendwo... Weil einfach... Ja... Du hättest es ausprobieren... Aber es hat schon viele Sachen... Wo... Das findest du vermutlich auch sonst nicht raus... Und wenn du es dann rausfindest... Dann findest du so... Ah... Sneaky... Sneaky... Also weisst du wirklich so... Dann... Die Plattformen sind... Ah... Praktisch und so... Einfach irgendwie... Ja... Es erfüllt mich irgendwie einfach mehr... Weil es mir mehr liefert... Und weil es wirklich auch... Ja... Es ist irgendwie origineller gemacht... Oder... Das Lego ist so eine hochproduzierte... Massenware... Aber super... Also es ist irgendwie... Es ist gut gemacht... Du weisst was du bekommst... Äh... Tunic hat vielleicht ein bisschen mehr Ecker und Kanten... Aber äh... Ich find für äh... Ja... Für mich jetzt bietet es auch ein bisschen mehr... Und ich... Das zog ich sicher immer noch weiter... Und ich wirklich... Ich habe immer wieder Lust... Zum es weitermachen... Und... Ja... Bringt einfach in wirklich guten Abständen... Immer neue Sachen... Und äh... Das verdammte Manual... Ich muss irgendeine Special Edition... Ich brauche die... Die sieht so geil aus einfach... Tunic wirklich... Wenn ihr es noch nicht gespielt habt... Äh... Im Game Pass ist es drin... Und sonst auf Steam... Oder... Ich glaube es ist auf Switch und überall... Ja... Ja... Ich bin wieder... Ich mache jetzt übrigens noch ein bisschen Elton Ring weiter... Es ist... Ich finde es immer noch sehr geil... Jetzt kann es da ja stehen... Du hast dich wieder angefangen... Ja... Eben... Du hast ja erst gerade wieder... Wieder angefangen... Ja... Nach dem Gran Turismo... Bin jetzt wieder voll... Bin ich wieder voll drin... Ich fühle es so verdammt... Geil... Es ist richtig... Richtig gut... Aber ich bin jetzt so ein bisschen die... Ich bin ein bisschen am Parieren lernen... Und so... Ich bin am Get Good... Werden... Fucking Parieren... Das habe ich nicht gegeben... Oder irgendeine... Ja... Ich habe eben ein Schild gefunden... Das Parier-Window ein bisschen vergrössert... Der sogenannte Buckler... Den habe ich mir gezogen... Und dann ist es ein bisschen einfacher zu parieren... Ah... Aber... Aber ja... Es ist so ein verdammter Struggle... Aber es ist auch verdammt geil... Wenn du dann auf einer Arbeit hast... Und wieder einmal... Jetzt bin ich bei irgendeinem Boss... Wo ich einfach... Ich kann es nicht auf mir sitzen lassen... Ich kann nicht... Ich will nicht noch besser... Ich will nicht noch mehr levelen... Ich muss jetzt den sich einfach schaffen... Jetzt bin ich... In den letzten eineinhalb Stunden... Ich habe in diesen... Lava-Wurm investiert... Aber ich will einfach nicht... Ah... Also es ist ein absolut optionaler Boss... Irgendwo... In einer Höhle hinein... Aber... Ich kann ihn... Er ist schon wirklich auf fast null gekommen... Begreedy geworden... Und dann hat er mich verwischt... Den Wichsen... Wenn es... Wenn er dir so ein Lava-Schwert gibt... Dann wüsste ich welchen... Aber ich dachte... Ich habe keine Ahnung... Was ich noch davon bekomme... Und jetzt habe ich eben auch... Der Godric... Der ist die erste Box... Sorry... No Spoiler... Aber es ist wirklich so der erste... Nach dem... Nach dem Ding dort... Und dann auch jetzt... Zuerst mal so... Ich habe alles so Zeug herausgefunden... Dass es noch weitere Flasks gibt... Und man so Tränen kann rein tun... Und so... Ganz verreckt... Ja... Aber wie hast du das herausgefunden? Weil ich habe es irgendwo... In einem Video irgendwo... Irgendwo nicht das gesehen... Ich habe... Tommi... Mein Kumpel... Ich bin ja durch mein Inventory irgendwie... Und wir sind ein bisschen... Am Discord-Chat... Und er hat gesagt... Hey... Ja... Du musst da... Zu den Melikö-Kirchen und so... Und dann nachher... Ja... Ja... So finde ich es... Ich finde es so am besten... Das ist für mich nicht... Das... Dann hast du es nicht nachgeschaut... Das ist eigentlich... Das Geilste... So hat man früher die Games gezogen... Ja... Genau... Also weisst... Ich meine... Diese Kirche hätte ich ja sowieso... Irgendwann entdeckt... Und nachher hätte es irgendwie... Ich bin... Ich bin... Im Fall wirklich noch... Ich bin dann gar nicht mehr gewesen nachher... Ich habe das... Ich habe es halt irgendwo gesehen... In meinem Video... Dass einer irgendetwas hat... Wo ich... Also ich habe gedacht... Äh... Der hat den getrankt... Den habe ich noch nie gesehen... Und dann... Da bin ich es kurz gelesen... Weil ich fand... Ja... Ich bin halt nicht... Ich wäre wirklich nicht mehr dorthin gegangen... Ja... Es ist halt eben... Das ist halt eben... Das Problem... Dass ich irgendwie... Vier Wochen lang nicht mehr gezockt habe... Dann habe ich nicht gewusst... Wo bin ich schon gewesen... Und wo nicht... Weil... Bei den Souls Games... Und das finde ich das krass... Obwohl das so eine Open World ist... Every... Nook... And... Cranny... Jeden Quadratzentimeter von dieser Welt... Muss man durchsuchen... Oder? Ich weiss jetzt zum Beispiel auch... Ich weiss jetzt zum Beispiel auch... Irgendwo ist ja eine Höhle... Wo nachher auf die einzelne kleine Inseln kommst... Jetzt muss ich die mal irgendwann suchen... Ich weiss... Dass es da eine Höhle muss sein... So viele Spoiler habe ich bekommen... Aber... Ich weiss... Dass auch dort wahrscheinlich dann nachher... Irgendwie noch mal etwas... Ja... Das ist halt... Das sind halt die Games... Weisst du... Und dort ist es so voll... Dass wirklich... Every Nook and Cranny muss... Also ja... Wir sind noch gar nicht da... Wo wir irgendwelche Wände rein schlagen... Und nachher hinten dran... Ist irgendwie... In der Ruhe... Oder Böden... Aber... Ist Strubis immer noch... Auch in den... Zirkuliert... In den Medien und so... Also das ist schon extrem... Ich meine... Es ist ein Zehnhalt... Seit einem Freieinhalb Monat... Oder... Nicht ganz... Von einem Monat rausgekommen... Aber... Also weisst du... Der Umfang ist auch gigantisch... Ja... Nein... Schon... Aber das zeigt einfach... Wie sehr populär das ist... Weil ich lese immer noch... Jeden Tag... Viele Stories dazu... Und sehe immer... Überall noch Videos... Also das ist irgendwie... Das ist einfach eines der... Absolut Beste... Also es muss wirklich... Ja... Also ich meine... Man sieht jetzt... Das ist populärisch... Nicht nur so ein... Ich meine... Dass Kritiker dann irgendwie... Bloodborne in den Himmel loben... Aber... Ich kenne keinen... Oder vielleicht jemanden... Wer es wirklich auch so fühlt... Den meisten anderen... Ist es einfach viel zu schwer... Ähm... Das ist... Das sind... 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 Die Summons und so... Also... Ja... Ich finde... Das ist... Das sind... 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 Aber... Wirklich... Einfach... Die reden... Genau so... Oder? Nein... Also... Komm... Genau... Wer jetzt noch dran ist... Luca und ich... Wir streamen übrigens... Oh... Ich weiss gar nicht... Ja... Wenn der Podcast vorher rauskommt... Dann streamen wir am Donnerstag Mittag... Und... Sonst haben wir am Donnerstag Mittag gestreamt... Dann könnt ihr einfach das Video noch nachschauen auf YouTube... Cool... Jedenfalls... Das Lego... Skywalker... Im Koop zocken... Hoffentlich... Und... Ja... Also... Im Koop... 1... I... A...